Hör auf de Mutti, wenn ich was nachziehe, gib dir ein Rad und das meistens ungefragt. Das ist der Schnellfahrt mit mir an. Ja, das macht man ja nicht, hier sind wir im Feld. Wir? Ja, das ist schon. Ja, das macht man ja nicht. Ja, das macht man ja nicht. Es ist schon auf der Rennenstrecke. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, die offenscheiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein schönes Gefühl. Ich kann da kein Motorrad. Ich kann da kein Motorrad. Ja. Ich kann schneller als Motorrad. Das ist mir da noch rund. Das war doch da. Das war doch da. Das war gepumpt nicht. Dann haben wir den Weg und runter. Danke! Mann! Das muss man nicht machen. Nein? Nein, das macht man nicht. Das ist eine Orange in der Stadt. Ich hab's aber verloren jetzt. Ich hab's jetzt kaputt. Ich hab's jetzt kaputt. Das macht man auf der Rennstrecke. Aber nicht ohne. Hör auf de Mutti! Wenn dich was placht, sie gibt dir ein Rad. Und das meistens ungefragt. Und das macht man auf der Rennstrecke. Und das macht man auf der Rennstrecke. Ich hab's jetzt kaputt. Und das macht man auf der Rennstrecke. Das macht man auf der Rennstrecke. Ich hab's mit der Rennstrecke. Das macht man auf der Rennstrecke.